Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Spannrunde von Slither.io. Diesmal bin ich auch mal wieder dabei. Und ja, hallo, hallo Heidi. Hallo. Ich bin ein Kringel. Geht's dir? Läuft. Ich habe Hunger. Ich war schon so ein großer Wurm. Ich bin der klemmesten Einer. Sorry. Ich wollte dich nicht kennenlernen. Also Leute, ihr habt es gesehen. Das gibt Drachen. Das gibt Drachen. Ja, unter uns Würmern gibt es keine Freundschaft hier. Ich dachte, wir machen hier voll die ausgeklügelten Pläne, dass wir so als zwei kleinen Schlangen zusammen so die ganz die großen einringeln. Und dann... Ja, weil das nahezu... Meine Träume wurden so erstört. ...nahezu praktisch nicht geschlüsselt. Ich sehe schon, wenn wir gemeinsam jemanden einkringeln hätten wollen, irgendwer wäre... einer von uns wäre dabei Druck gegangen. Ja, ähm... Ah... Wo? Äh... Ein Bedrängnis. Das habe ich auf der Karte noch nicht gefunden. Wurde gerade... Da war so ein riesiger Wurm. Will man gar nicht meinen, dass da ein riesiger Wurm war. Das will ich nicht. Ähm... Und... Der hat irgendwie so einen halben Quadranten gerade eingerollt. Aber irgendwie bin ich da wieder rausgekommen. Ähm... Oben links... In der Mittellinie. Oh, ich hätte gerade so einen dicken töten können. Es gab schon eine gigantische Größe von 275 erreicht. 322. Oh ja. Ich bin nicht in die Mitte. Warum? Haha, no one can kill me. Shit. Wurde eingerollt. Ich wollte gerade sagen, no one can kill me. Und währenddessen ich das gesagt habe, bin ich gestorben. Hm. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber vielleicht ist auch eine Einstellungssache. So, ab jetzt bin ich unbesiegbar. Ah, mit meiner Größe 23. Ich bin exakt in der Mitte gespawnt. Ich bin neben einem toten Schlangen gespawnt. So, nass. Ich hab einen Deck. So, wollen wir einen Rekord machen. Wer... Ne Wette machen. Wer aus erster auf Platz in den Top 10 ist. Die Wette kann ich nicht gewinnen. Ich bin scheiße in dem Spiel. Muss doch keiner wissen. Ja, äh... Top 10 Platz kriegst du bereits für 9000. Sag ich doch. Wird doch wohl zum Schaffen sein. Dann kommt so ein kleiner, weißer Scheißer her. Und kriecht dir voll die Schnauze. Ja, das machen die. Die kleinen weißen Scheißer her. Ich weiß. Find ich nicht nett von denen. Nein. Nein. Der Rolltchenchein. Der Rolltchenchein. Volle Emotionen. Ich kriech da einfach friedlich rum. Weißt du. Er macht das mal in der Mitte. Ja, ich bin in der Mitte. Weil wir jetzt wieder... Oh, ich war schon 1500. Lass mich raus. Lass mich raus. Ne. Immerhin, immerhin. Nein. Du, du Arsch. Ah, ha, 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 ha. Er ist gestorben, weil er mich fressen wollte. Jetzt bin ich gestorben. Das ist interessant zum Zuhören auf jeden Fall. Wo bist du? Lass uns mal wieder treffen. Ähm. Jetzt bin ich... Ja, also... Vereinbaren wir einfach, dass wir immer in die Mitte gehen. Egal, wo wir gerade sprachen. Okay. Ich war schon 3000 groß geworden. Ich war bei 6000. Da wollte... Da wollte ich mich eine einringeln. Was? Du bist für 6000? Ja. Ne, ich war... Oh, ne. Oh, gut. In den... In den ich gerade fast reingerufft bin. Äh, der ist... Zwei Sekunden vor mir gestorben. Also... War... Weg frei. Also, ich wollte gerade eine einringeln und bei diesem einringeln ist er in mich reingerannt. Und da habe ich direkt eine Kehrtwende gemacht und wollte fressen. Und... Sowas ähnliches dachten sie noch ein anderer. Und da habe ich verloren. Oh. Ich fühle mich auch gerade etwas beengt. Irgendwie... Ja, bei mir ist Türkei nebenbei. Der Platz 10 ist neben mir. Hm. Ich weiß ja nicht, was er vorhat, aber er wird daran scheitern. Nein. Ja! Wenigstens ist er mit mir gestorben. Wenigstens irgendwas. Und töte alle! Stöte alle! Und scheiße, ich habe gerade vier Würme gekillt, die alle größer waren als ich. Du, na. Nein! Ich habe gerade sechs Würme gekillt, die alle größer waren als ich. Und als ich die Energy einringeln wollte, ich war jetzt schon... Ich war jetzt schon wieder auf 4000 gerade. Ich bin bei Erwinnen-Tilme. Und beim Einringeln... ...einer totgemacht. Oh nein! Wirklich? Ja. Ich wäre die Chance gewesen. Ich war zu gierig. Ja, das ist oft das Problem in dem Spiel. Ich war zu gierig, ich habe einen großen Batzen eingekringelt gehabt gerade. Und du wolltest mehr. Und dachte, aber da dann sind... ...ja, halt... ...die Würme in mich reingestürmt und sind alle daran verreckt. Oh nein! Es haben sich gerade zwei in Rennen geleitet. Und jetzt bin ich da einge... Wenigstens ist er auch dran gestorben. Jetzt glaube ich, ich habe es versehmet. Ich bin glaube, irgendwo anderen. Oh nein! Es ist grüßt da hin! Warte, hier ist mal kurz neben ein paar Dicke. Vielleicht stirbt hier einer davon. So, ich glaube, äh... Heißt der hat Halsbeklang? Äh, ja. Okay, haben wir eine Schütze. Oh, das war so scheiße. Oh, da ist er jetzt endlich gestorben. Mhm. Wenn ich einfach in Ruhe gesnackt hätte, wäre ich glaube ich auf 6000 oder so gekommen. Oh ne, da wollte ich noch eine Schleife drehen. Wollte noch mehr fressen. Naja, das Problem habe ich auch gerade. Neben mir sterben gerade so viele und irgendwie kann ich aufhören. Es ist doof, wenn man hungrig ist. Vor allem doof, wenn man nach rechts schwenken will. Und irgendwie schwenkt man nach links. Und dann stirbt wieder neben mir einer. Und dann kommt so ein kleiner grüner scheiß Dreck! Der dich bei 8000 Punkte tötet. Oh, 8000? Da warst du ja fast schon in the top 10. Das hilft mir auch nix. Das dauert nix. Hey, ich habe ja den Wurm da mit meinem Grinselmund. Mhm. Der ist mir quasi ins Maul reingeflogen. Eigentlich hätte ich ihn instant verdauen müssen. Nee. Heidi! Hallo Heidi! Nein, was killst du mich? Das war die Rache, oder? Ja. Wir hatten noch ne Rechnung offen. Ich hätt's ahnen müssen, weil sie nix gesagt hat. Das fühlt sich wie genug tun. Weil sie nix gesagt hat. Das fühlt sich an wie genug tun. Weil sie einfach nix gesagt hat. Das war die pure Konzentration. Ich wollte nur Hallo sagen. So, und du bringst mich auch nicht um. Und du... Leck, leckst gerade hier beim Brunnen. Auch nicht. Und du... Auch nicht. Und du auch nicht. So, jetzt hab ich grad nen Run gehabt. Leckst du bei dir auch gerade Uses? Nee. Ich hab grad so nen kleinen Run, in dem ich grad viele Punkte gefressen hab. So. So. Jetzt bin ich wieder ein bisschen entspannt. Wo bist du jetzt? 5280. Okay. Das waren wirklich viele Punkte. Und ich lebe noch. Alles nur, weil ich dir den Anfangs Buß gegeben hab. Natürlich. Nur deshalb. Ja? Ja. Ausschließlich. Nicht weil da ein fetter Wurm neben mir gestorben ist oder so. Nee. Hä? Nur deshalb. War schon. Ach. Oh. Ich hab grad nen riesigen Wurm gekillt. Jetzt kriegst du wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel davon wieder zum Fressen. Ich glaub ich hab da locker ein Dreiviertel davon gefressen. Für meine Verhältnisse war es ein riesiger Wurm. Ich bin jetzt... 2000 groß. Ja, und du schaffst du diesmal schaffst es in die Top Ten? Weiß ich noch nicht. Sieht grad gefährlich aus, weil ich nen Weißen ankriegen will. Und dann kommt so'n scheiß kleiner Blauer! Ich war bei Cactus. Ist der wenigstens irgendwo in den Top Ten? Ich glaub nicht. Äh, mein Tactus? Doch, der war gerade Platz 1 und ist jetzt gestorben. Ha! Ich hab Platz 1 umgebracht. Ich hab ihn ins Verderben gestürzt. Das freut mich. Ist das gemeint, dass es mich freut? Nee. Gut. Ich fühle mich gut. Bedenklich, aber... Pst! Oh nein, da ist ein großer. Da ist YouTube live! Oh, bin ich jetzt im Fernsehen? Mami, ich bin im Fernsehen! Was hältst du von den neuen Spielen YouTubers live? Hast du schon gesehen? Ja... Weiß ich noch nicht. Ist ganz lustig. Ich hab's mir auch überlegt, dass ich's mal anspiele. Ich hab nur noch nicht... Guck, wieviel das überhaupt kostet. 15. Das wird eigentlich gehen. Eigentlich echt moderat, ja. Also, ich find's ganz lustig. Die Spielpreise sind auch dort um einiges günstiger als bei uns. Ich mein, da ingame? Ja. Ja, vor allem kriegst du da mit, äh... 6, 7 Videos schon 10.000 Abonnenten hin. Das hab ich mir auch gedacht. So quasi, ich bin auch... Och Gott, sind da grad viele! Weißt du, was richtig cool ist? Wenn ein großer Wurm neben dir ist und jemanden einkringelt, musst du nur so lange warten, bis er klein genug eingekringelt ist, dass du den großen Wurm einkringelst. Check out! Solche Gelegenheiten... Auf sowas musst du warten. Dann ist... Perfekt. NEIN! Das klingt nach Tod. Noch 500 Punkte und ich wär in der Top 10 gewesen. Wie weit warst du? 1.000 Punkte? 1.500 so... Warte... 1.500? 8.500! 1.000 Punkte hättest du noch gebraucht. Ja, ich seh's gerade nicht. Ne, zum Zeitpunkt, wo ich grad gestorben bin, wär's nur... 5... RELAGAAL! Merdin! Hast du jetzt fast den Titel gehabt? Zuerst in der Top 10. Die Bekundung liegt da fast. Schöne Größe von dem Wurm, der bei 8,6 steht. Ich habe jetzt eine sensationelle Größe erreicht von 113. Mario, guck mal auf die Top-Liste. Ungefähr auf Platz 4. Wo denn? Da ist sie... Ja, nice! Ja, nice! Applaus, Applaus, Applaus! Oh nein, nicht Applaus geben! Applaus ist immer ganz gefährlich. Nein! Applaus, Applaus, Applaus! Erst sterben, dann klatschen. Yay! Ich habe den Titel als Erste in der Top 10. Und hältst dich da auch, ne, auf der AfD gerade, mit 10.000 auf Platz 4. Ha! Aus Erste in Top 3! Und ja... Das hielt wiederum nicht lange. Jetzt bist du wieder Platz 4. Ja, ist aber eine über die gestorben gewesen. Ja, einen weiteren Platz auf die auf Platz 3 benötigt unsere gute Heidi. Ja, also einer gestorben ist, so wie jetzt. Aber zum Überholen brauchst du wieder ein paar Tauten. Ja, wusste, ich habe Zeit. Ne, eigentlich nur... Du wurdest gerade wieder überholen. 400. 400. Oh, irgendwas Großes musste wir gerade gefressen haben. Hm. Aber jetzt bin ich nur noch auf Platz 5. Also der vor mir hat auch irgendwas Großes gefressen. Voll so Sportmoderation. So, ich bin jetzt so ein kleiner 8.80 Punkte großer Ficker. Und jetzt ficke ich in die Mitte rein. Und mache da ein paar weg. Aber in diesen großen... Ich wollte gerade einer umbringen. Ich wollte gerade einer umbringen. Ja. Mich hat gerade einer umgebracht. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Ich werde jetzt... Oh, da sind große Schlangen. Ich will dich töten! Ich hab dich getötet! Und... The next one! Ich bin gerade voll der Harte. Ich hab drei Leute umgebracht. Wow. Da kommst du in den Garten. Was? In den Garten? Ich will in den Garten. Ne, ich spruch nur die Harten kommen in den Garten. Nein! Ich hatte wen eingekreist und dann haben sie so ein rote kleiner... ...es Wurm. Oh, da ist jemand neben mir gestorben. Und ich hab einen angekringelt. Nein! Boah, der wird sich gut. So Leute. Ich würd sagen... Das war's für diese Folge. Ich bin mit meinem Platz 3 sehr zufrieden. Maru mit fast in den Top 10. Ist okay. Ja, für meine Verhältnisse ist das... Ja, kann man mal machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Ja, tschüss! Töhn Karlsisch. Tschüss! Töhn Karlsisch. Ja, tschüss! Vielen Dank.